Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt 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 Der Hauptmann wird den Schlüssel haben Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt 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 Die Dame gehört zu mir. Danke vielmals. Das tut weh. 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 Das war's. Schau, schau, schau. Oh, das ist so. 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 Jacob ist bestimmt unterwegs, um noch eine Kutsche zu stehlen oder um versehentlich die Queen, eine Treppe herunterzustoßen. Das sind sie, ja. Da ist jemand, den Sie unbedingt kennenlernen müssen. T-t-t-t-t. Kommen Sie mit. Eure Majestät. Darf ich vorstellen, Miss, äh... Evie Frey? Sie sind also der Verantwortliche für Mr. Gladstones... ...missgeschickt? Eure Majestät, ich entschuldige... Der Kuchen ist außerordentlich gut. Genießen Sie den Ball. Ich muss jetzt leider weiter. Miss Frey. Darf ich um diesen Tanz bitten? Mr. Staric. Sie hatten ihren Spaß. Aber das Spiel ist vorbei. Hören Sie. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Zeit ist was Wunderbares, Miss Frey. Sie heilt alle Wunden. Wir mögen Fehler beim Tanzen machen. Doch die Mazurka endet und wir beginnen von vorn. Das Problem ist, dass die Menschen vergessen. Sie machen dieselben Fehler. Wieder und wieder. Sie können lernen. Können Sie? Dreht sich nicht jeder? Um Sie herum im Kreis? Aber wenn sich einer an den Tanz erinnert, an die Zeit erinnert, er könnte alles wenden. Zum Besseren. Jetzt hab ich genug. Dieser Tanz ist fast vorbei. Schon bald. Vergessen die Menschen die Generation auf dieser Terrasse. Und wie sie London fast in den Ruinen geführt hätten. Wenn die Musik verstummt, Miss Frey, ist ihre Zeit vorbei. Und meine, meine Zeit beginnt von Neuem. ZDFR, sie stellen immer wieder her. Das ist keine Zeit. Sie stellen sich auf der Tür. einer ... Sie stellen sich vor, Sie stellen sich vor. Ja. Sie stellen sich vor, Sie stellen sich vor, Was ist denn da? Was ist denn da? Naam athlete. Was ist denn da? Das ist ein gewöhnlicher Artikel. Freddy! Dort! Gut. Ich töte die falschen Wachen und rette die Gefangenen. Wie? Man kann sie unmöglich auseinanderhalten! Oh, Sie Ungläubiger! Wir haben Besuch! Du bist froh! Dann suchen wir mal die echten Gardisten. Geh! Geh! Oh, das wird mir doch leid. Haltet einen Moment still. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen. Das wird reichen. Das wird reichen. Sieh da! Bleiben Sie, wo Sie sind! Ich hole euch raus! Wir sind hier fertig! Ich hole euch! Ich hole euch! Ich hole euch raus! Ich hole euch ein von Bane! Hier, die Karte des Gewölbes, geh! Einfach so? Ohne Plan? Keine Zeit für Pläne. Ich komme nach, sobald ich diese unzumutbare Staffage los bin. Ich hole euch! 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 Ich hole euch!